Konnichiwa ihr Chibis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von momentan noch Hex Reloaded. Denn ja es gibt weitere Informationen zu dem Ganzen und dazu kommen wir dann gleich. Denn erst mal, denn dieses Gebimmel geht mir schon wieder tierisch auf den Senkel. Schon in der ersten Folge habe ich ja gemerkt, hier irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas muss hier sein, denn man hört die ganze Zeit dieses Feenstaubgedöns oder was auch immer das darstellen soll. Ich habe dann hier in den Hinten Gang reingegraben und da runter und da hinten geguckt und dachte mir, das kann ja mal nicht sein. Was ist das? Und habe dann hier gebuddelt und sehe dann, da tropft Wasser. Und man sieht jetzt auch schon Secret Stone, Zelda Sword Skills. Somit habe ich herausgefunden, was dieses Geräusch verursacht. Es ist ein Feenbrunnen. Es ist ein Feenbrunnen, wie man ihn aus Zelda kennt, der sich irgendwo hier in diesem Bereich befindet. Das Problem ist nur, diese Secret Stones, da ihr hört es, die lassen sich nicht mit herkömmlichen Werkzeugen vernichten oder öffnen oder wegmachen, wie auch immer. Sprich ich brauch da irgendwie eine Bombe oder irgendwie was, um mir Zugang zu verschaffen zu diesem kleinen Feenbrunnen. Gut zu wissen. Von dem her guter Location. Hier werde ich mein Haus bauen und damit fangen wir direkt auch mal an. Oh, wie lange schnacken, Kopf in den Nacken. Ja, wie gesagt, das letzte Mal heute am Mittwoch, den 27. Hex Reloaded. Jedenfalls unter diesem Motto, unter diesem Namen und so weiter. Denn die nächste Folge wird am kommenden Samstag kommen. Dann bereits mit neuem Logo, mit neuem Namen und so weiter und so fort und hast nicht gesehen und so weiter. Ja, große Umstellung in Verbindung mit dem ersten Mitspieler, den ich hier auf dem Server begrüßen darf, dem Shane Fox oder It's Shane vom Dust Games Network. Alle wichtigen Links, wo ihr ihn findet, wo ihr ein bisschen was über ihn erfahren könnt und so weiter, findet ihr in der Beschreibung. Und der Auftakt zu diesem, zu dieser Umstellung, zu diesem im Endeffekt letztendlich einen richtigen Start des Ganzen, findet am kommenden Freitag statt. Merkt euch das? Ich werde das auf Twitter dementsprechend auch nochmal bekündigen. Und zwar haben wir beschlossen, der Shane wird den Auftakt des Projekts, Verzeihung, der wird das streamen auf seinem Kanal und meiner einer wird mit dabei sein. Und ich werde dann am Samstag quasi so eine Folge aus dem Stream basteln. So aus meiner Perspektive, was ich so erlebt habe, was wir da so, je nachdem was halt da alles passieren wird. Also chaotisch, lustig, spannend wird es auf jeden Fall, denn das Projekt hier ist echt action geladen. Also ich habe schon so viele Creeperlöcher hier reingefetzt auf der Suche nach diesem komischen Geräusch. Das ist, also hier ist echt einiges los. Was haben wir hier eigentlich? Barley! Zack! Mitnehmen! Geil! Schön, dass es es auch gibt in diesem Modpack. Damit brauchen wir nämlich dann auch nicht mehr hungern. Ja. Der Shane hat sich herangesetzt, hat sich überlegt, wie man das Projekt nennen könnte, hat dann einen sehr guten Einfall gehabt und daher auch extrem. Ihr werdet das auf seinem Kanal sehen und so weiter. So die ganzen Logos und Designs und Intros, alles aus seiner eigenen Hand entstanden und dementsprechend hat er sich dann noch hingepflanzt und ähm, arbeitet momentan noch an dem Logo dafür. Ähm, ja, hier ist ein Dings Tinker drin, da kann ich einfach den unten weghauen und dementsprechend geht es da los. Wie gesagt, Freitagabend um 18 Uhr, hat er gesagt, wird er wahrscheinlich dann das Projekt starten oder den Stream starten. Ich werde da mit dabei sein und das auch dementsprechend dann euch wissen lassen, wann genau es losgeht, Link und so weiter. Wie gesagt, alles in der Beschreibung. Leute, das wird so episch, das wird so schick, das wird so, ja, doch. Doch, das wird cool, das wird richtig cool und natürlich besteht auch weiterhin die Chance, wenn ihr, ähm, YouTuber seid oder wenn ihr, äh, jemanden kennt, der YouTuber ist und ihr sagt, der würde sehr gut in dieses Projekt reinpassen, der würde sehr gut zu mir auf dem Stein reinpassen und so weiter, nicht? Also, dass man da gut harmonisiert und so. Also, dann meldet euch einfach die E-Mail, unter der ihr euch quasi bewerben könnt, also ein wirklicher Bewerbungsprozess ist es nicht, es ist halt einfach nur, ähm, man stellt sich so gegenseitig vor, ähm, tritt dann einfach in Kontakt und so weiter. Also, die E-Mail dazu findet ihr auch in der Beschreibung und dann lasst einfach mal was hören von euch. Wie auch schon in der, ähm, einen Folge gesagt, es gibt natürlich schon so ein bisschen Kriterien und ich fand das auch sehr cool, dass, äh, sich meine Kriterien weitestgehend auch mit den Kriterien, die Shane hätte, da decken. Also, wir haben da durch, ich möchte mal sagen, Zufall eigentlich so ein bisschen den gleichen Anspruch, denn, ähm, letztendlich ist jeder YouTuber, der einfach, äh, ein Video auf YouTube hochstellt, das ist im Endeffekt YouTuber. Aber, äh, es gibt dann doch schon den einen oder anderen, soll ich den Baum hier wegfetzen? Das ist ein Kirschbaum, nicht? Oh, ja, nee. Auch wenn, auch wenn das Holz ein bisschen hässlich ist, aber... Je, ich lasse ihn stehen. Ich lasse, ich lasse ihn stehen, ja. Ähm, aber es gibt dann doch schon so ein paar kleine Merkmale, woran man erkennt, ob, äh, jemand so den gleichen Ehrgeiz hat, möchte ich mal sagen. Also, dass man da, ja, so ein bisschen den gleichen Anspruch hat, denn, ähm, drum ist heute auch dieser Mini-Bewerbungsprozess so ein bisschen entscheidend und wichtig auch, denn es dreht sich dann vorwiegend eigentlich darum, wie gestaltet ihr eure Videos, ähm, wie verhaltet ihr euch in euren Videos, passt das so zu dem Konzept, das uns vorschwebt, denn ab jetzt muss ich sagen, uns, weil, äh, für mich persönlich ist dieses Minecraft-Projekt vorwiegend, äh, gestaltet durch alle, die teilnehmen. Sprich, jeder hat ein Mitspracherecht, jeder, äh, kann eine Entscheidung mittreffen. Scheiß Spinnenauge. Und, ähm, ja, also von dem her, wer sich halt meldet, muss sich halt darauf gefasst machen, dass wir uns den Kanal angucken, dass wir uns die Person anschauen, dass wir gucken, sagt er uns zu, passt er uns in den Kram, können wir uns eine Zusammenarbeit, äh, vorstellen, denn, was sehr wichtig ist, und da hatte der Shane auch komplett rechts, dieses Projekt soll nicht nach zwei, drei Wochen oder nach einem Monat oder so schon wieder, äh, Geschichte sein, weil einfach die Leute inaktiv geworden sind oder so, sondern es soll schon eine gewisse Zeit gehen, denn wir möchten natürlich auch weiteren Leuten die Chance geben, hier einzusteigen und ihren Teil beitragen und so. Oh ja, ich sollte ein bisschen überlegen, was ich hier rumklicke. Äh, oh, den Potato auch schon, aber die behebe ich mal noch auf, die kommt dann erst, äh, hin, wenn ich ein Beet hab. So, ja, Endezeit brauche ich auch nicht. Äh, okay. Also, macht euch darauf gefasst, dass euer Kanal angeguckt werden wird. Und, dass wir dann, ich bräuchte mal irgendwie Schäfchen oder so, einfach mal so einen Grundcheck machen. Was uns nicht wichtig ist, ist, äh, die Anzahl eurer Abonnenten. Also, selbst wenn ihr erst einen habt oder so, oder zwei, oder gar ein paar hundert, oder vielleicht sogar schon ein paar tausende, das ist wurscht, uns steht wirklich im Vordergrund die Aktivität, also, dass man da wirklich Bock drauf hat und das auch längere Zeit so, ähm, mitgestalten möchte. Die, äh, den Ehrgeiz, den man an sein eigenes Video, an seinen eigenen Content, den man bringt, stellt, äh, die Verbundenheit zu der Community und so weiter. Also, einfach so, dass es einfach ein stimmiges Konzept ergibt dann, denn, oh shit, Beine in die Hand, weg hier. Denn wir, die Gemeinschaft an YouTubern und Streamern bestimmt letztendlich, äh, Antivirenprogramm nervt. Ähm, also nicht, weil ich jetzt irgendwelche Viren und sowas drauf hab, sondern einfach, weil ich möchte mal wieder ein Update machen und ein Check machen und so. Also, ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, also wir, die Community an YouTubern und Streamern entscheiden dann letztendlich oder gestalten das Projekt und wollen das für euch natürlich auch dementsprechend, ich sag schon zu viel, dementsprechend, definitiv dementsprechend. Wir wollen das halt für euch spannend, unterhaltsam, lustig und so weiter gestalten und da muss einfach das Team passen. Das ist so das Hauptaugenmerk. So, was lässt sich noch zum Shane sagen, der jetzt da schon mit einsteigt? Er wird das überwiegend streamen. Er wird zwar auch YouTube-Folgen bringen, aber Hauptaugenmerk wird er auf, äh, Stream liegen. Sprich, äh, da werden wir dann sicherlich auch mal zusammen streamen oder ich einfach mal bei ihm mit dabei sein. Oder er wird einfach mal solo streamen oder mit den weiteren Leuten, die damit teilnehmen. Also, das ist komplett offen. Aber so, das ist so das, was er angemerkt hätte. Er würde das gerne in Livestream-Formats packen. Und den möchte ich natürlich auch nicht wechseln. Ja, Leute, kommt ihr jetzt ran, ich will euch auf den Mütze hauen. Komm ran hier. Komm her. Du auch. Komm her, du wildes Ding. Ich bin so feucht, ich bin so nass wie ein Kieslaster. Komm her. Auch mit diesen Zelda-Sword-Skill, das muss ich mich mal ein bisschen befassen. Jetzt steht da unten doof rum. Schicker Pulli. Lässt er dem Fuzel da noch den Vortritt? Also, wer es noch nicht mitgekriegt hat oder das Mod soweit noch nicht kennt, das sind keine richtigen Spieler. Das sind NPCs, die einfach hier mit Namen durch die Gegend stolpern. Machen wir die Spinnen auch noch platt. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen weiter basteln hier. So. Ja. Wir sind in Ruhe eingekehrt hier. Blüpp, blüpp. Ein paar Fackeln verteilen. Das ist nochmal eine Spinne. Nochmal zwei. Äh. Ah. Also, ich hatte vorher auch schon eine Spinne getroffen, die hat mit Blitzen geschossen. Also, das war ziemlich interessant. Da besteht ein Enderman. Zwei Creeper. Oh Gott. Man hat zwar auch die Möglichkeit, hier auf dieser kleinen Minikarte rechts rum einzustellen, dass die Mobs angezeigt werden. Aber ich wollte das jetzt gerade mal mit Absicht nicht machen. Einfach so ein bisschen mehr Überraschungseffekt zu haben. Aus dem Haus rauskommen und erstmal ein Creeper auf den Kopf kackend. Oder sowas. Ihr wisst, was ich mein. Wenn wir hier schon mal Eisen an der Oberwelt haben, dann nehmen wir das auch mit. Da kommt wieder ein Zambi, der nerven will. Irgendwas habe ich da im Augenwinkel gesehen. Au. Oh shit. Jungs. Ne. Lauf. Ich kriege wahrscheinlich auch gleich Besuch von dem Creeper da oben. Eich, 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 eich. Da kommen sie an wie die Bekloppten, ey. Schneide was in den Schädel drücken. Und mein Schwert geht bald kaputt. Und ich habe keinen Ersatz. Der kommt da gleich mit dem Bogen an hier. Hier wäre es mal interessant, jetzt so die, die, die Zelda Sword Skills zu testen. Aber ich habe das schon gesehen. Man muss da so. Das funktioniert im Endeffekt so. Ihr seht ja so. Ist nichts los. Irgendwie nichts Besonderes. Sondern, was liegt denn da Schönes? Okay. Whatever that was. Normalerweise, also diese Sword Skills werden erst aktiv. Ach guck mal, ich sehe da was hinter der Minikarte irgendwie was angezeigt. Was auch immer das ist. Da ist die Minikarte leider im Weg. Sehr intelligent gelöst. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann. Normalerweise ist es so. Oh, Damenbesuch. Fireboy 1725. Na kommen sie rein. Na. Hey. Ähm. Dieses Mod wird erst hauptsächlich aktiv, wenn man den Gegner anvisiert. Und das macht man über den Button X. Aber da geht bei mir eine Karte auf, aus welchem Grund auch mal. Also ich muss dann auch ein bisschen an den Shorts, Cuts oder an den Tastaturbelägen. Keybindings halt ein bisschen rumspielen. Und dann, äh, geht das richtig los. Können wir eigentlich gerade mal machen. So, gucken wir mal. Options. Controls. Da, Ars Magiker wäre da zum Beispiel schon mit verlinkt. Ähm. Ich lege da jetzt einfach mal, weiß ich nicht. K drauf. Dann wollen wir das nächste X hier. Spellbook next. Da ist auch schon wieder. Backpacks. Chocolate Quest. Interessant. Da ist auch schon wieder was mit X belegt. Also. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also. X ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu erwischen. Vielleicht auf R. Vielleicht sollte ich es auf R legen. Dann lassen wir den jetzt mal in Ruhe. Ups. Äh. Äh. Was war das auf X? Sprinten. Backslash. Hexit Gear X. Hm. Äh. Da, den machen wir mal auch auf X jetzt, damit das weg ist. Dann. Äh. Wo haben wir es denn? Movements. Nee. Multiplayer. Nö. Streaming. Nö. Tinkerer. Nö. Zelda Sword Skills. Hier haben wir es. Und da müsste ich jetzt irgendwo. Next Target. Ist auf Tab wohl. Retrieve Bomb. Da. Set Target. Jetzt. Und das setzen wir uns jetzt mal auf R. Oh Gott. Warte. 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 Oh ja. Da haben wir es schon gehört. Finished. One Hit Wonder. Also. Das ist jetzt wohl schon mal aktiv. Und es wird auch gerade Tag. Dann gehen wir mal raus. Wäre natürlich interessant. Ob das jetzt nur mit diesem Kokiri Schwert funktioniert. So. Wir drücken jetzt R. Ah ja. Die Bewegung kam jetzt automatisch. Sprich. Ja genau. Wir haben ihn jetzt. Den letztendlich voll anvisiert. Auch wenn ich weggehe. Er zieht immer wieder hin. Und wenn ich da jetzt irgendwie. Oh ja hier. Da. Jetzt geht es los hier. Basic Skills. Sehr interessant. Müssen wir uns mal mit näher befassen. Jo. Ich möchte jetzt aber dann doch nochmal ein bisschen produktiv werden in dieser Folge. Und setze zumindest schon mal den Grundstein für mein Häuschen. Welches ich denn da haben möchte. Was auch immer das Geräusch gewesen ist. Hier so in die Ecke. Nö. Doch. Ja. Hier in die Ecke so rein. Noch eins tiefer. Ja gut. Ich glaube den Grundstein können wir uns auch so schon mal setzen. Ähm. Den Baum so quasi im Vorgarten haben. Oh. Dann vielleicht bis. Bis hier so. Ja. Gucken wir gerade mal von der Anzahl her. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Das heißt sechs wäre genau die Mitte. Gerade Zahl ist da ein bisschen doof. Und drum setze ich den noch eins weiter rüber. Soll es nur noch auf 13. Und ich hier gleiche Spielchen. Das würde ich mal sagen. Ja warum nicht bis zur Wand hier hinten hin. Gucken wir mal wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Passt. Perfekt. Sehr schön. Der Grund warum gerade und ungerade Zahlen als Abstand. Denn vorher wäre es so gewesen. Sechs wäre genau die Mitte gewesen. Und dann. Ja. Dann schön mittig eine Tür platzieren. Geht schlecht. Außer man macht eine Doppeltür. Ich möchte aber eine einfache Tür haben. Daher ungerade. Denn mit dieser 13. Da habe ich jetzt letztendlich sechs Blöcke in jede Richtung Platz und kann mittig schön eine Tür platzieren. So ein bisschen symmetrisch halten das Ganze. So. Dann letztendlich ja noch bis hier irgendwo. Muss ich dann ein bisschen was vom Berg weg hauen. So. Grundstück markiert. Und dann würde ich noch mal abschließend sagen. Wie gesagt. Das letzte Mal heute das Format unter dem Logo und Namen Hex Reloaded. Samstag dann die nächste Folge als Auftakt auf meinem Kanal des völlig umgewandelten Programms. Dann zusammen mit dem Shane Fox von Dust Network. Dust Games Network. Entschuldigung. Alle wichtigen Links zu ihm findet ihr auch in der Beschreibung. Ihr findet da auch die E-Mail Adresse die ihr benötigt. Falls ihr Interesse daran hättet hier vielleicht mitzumachen als YouTuber oder Streamer. Und ansonsten. Ganz wichtig. Freitagabend 18 Uhr. So wie es bis jetzt aussieht. Auf dem Shane Fox seinem Kanal. Link findet ihr wie gesagt in der Beschreibung. Ich werde das aber dann auch nochmal mit euch kommunizieren. Freitagabend 18 Uhr. Der große Auftakt zum neuen Projekt. Welches sich aus diesem hier verwandeln wird. Wenn es euch gefallen hat. Wäre ein Däumchen nach oben. Eine absolut geile Kiste. Und abonniert. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentare. Feedback. Kritik. Was auch immer. Selbst wenn es irgendwas Negatives ist. Auch Negatives ist Kritik. Aber dann bitte auch begründen oder sonstiges. Also konstruktiv bleiben. Ich wünsche euch was. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Euer Chibi. Ciao. 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 Vielen Dank.